Musik Und Damen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play League of Legends Wir schalten hier gerade ein bisschen später rein Es tut mir leid für die Leute, die die Skins jetzt nicht gesehen haben Was haben wir denn da? So mal schauen, was es gibt Ich glaube Wukong, der Skin ist normal Jax hat einen anderen Skin Ist das der normale? Ne, ist nicht der normale Wukong-Skin Quatsch, aber kein Scheiß Timo hat einen anderen Skin Der MC Dragon ist mit dabei Hier, Hallöchen MC Dragon mit einem neuen Skin The Big Bad Wolf Und da bin ich auch noch ohne Skin Und zwar bin ich diese Runde Supporter Wir ordnen uns ganz am Anfang einfach mal alles wieder hier Moment, wir tun mal den Chat anzeigen lassen Der Chat ist angezeigt, den machen wir gleich mal Sieht man im Chat eigentlich auch, wenn man redet? Das ist die Frage, jetzt sieht man das Na gut Top Lane gegen Top Lane Mitte gegen Mid... Ne, der ist übrigens ADC, der Twisted Fate Supporter gegen Supporter Mid Lane gegen Mid Lane Mid Lane Jungler gegen Jungler Was haben wir hier so? Wir sehen hier bei beiden zwei Dolan's Rings Und zwar einmal bei der Top und bei der Mid Bei denen und da bei Dem ADC, der anscheinend an APC gegangen ist Hätte man vielleicht überlegen sollen, ob man das wirklich tut Bei Blitzcrank sehen wir kein Supporter-Item Und da geht es auch schon los Ich habe da währenddessen einen kleinen Fehler gehabt Deswegen konnte ich da nicht mit angreifen Seht es mir nach So, da ist der erste Blu-Waff gemacht Elisa hängt ein bisschen nach Kommt dafür dann aber, sobald sie ihre Spinnen hat Ah, sie hat wahrscheinlich die Spinnen nicht richtig geskillt, kann das sein? Nein, nö, Elise Könnte, ach hier unten Doch, doch, hab sie gemacht Na gut Wir wollen aber der Elise nicht zugucken Wir wollen allgemein mal ein bisschen ein bisschen rumgucken Ja, ich muss mich jetzt ein bisschen eilen Für Aludü ist interessiert Ich bin, ich habe jetzt wieder Arbeit Äh, darum Ich muss mich jetzt ein bisschen ranhalten mit aufnehmen Ich habe nämlich jetzt so Zwei, ich hatte zwei Stunden Zivilisation aufgenommen Und die Aufnahme hat es nicht gespeichert Da habe ich mega gekotzt Jetzt wisst ihr, fällt hier auch ein bisschen, ähm Braintardet am Anfang, muss ich immer sagen Wie gesagt, also nochmal für alle Die, dass, äh, sich gerade die erste Folge anschauen Ich lasse mich hier die Folge erwähnen Ich möchte auf keinste Weise irgendjemanden diskriminieren oder so Ich zeige fast nur Spiele, die ich selbst gewonnen habe Äh, wenn ich Spiele zeige, die ich verliere Dann Spiele, wo ich beeindruckt von den Gegnern war Ähm Also hier nicht diskriminiert fühlen Als Gegner oder sowas Äh Ich habe da nicht vor, irgendjemanden, ähm, schlecht dastehen zu lassen So, das am Anfang nochmal Und dann sehen wir jetzt hier Am Anfang war es ein bisschen schwäge gegen Twisted Fate Obwohl er seine Goldkarte selten benutzt hat Na, Timo dominiert hier auf jeden Fall hart Hat auch gewordet Wir haben unten gerade nichts gewordet Hat das einen Grund? Ne, hat keinen Grund Mein Ward ist auf Abklingen Ach, meiner steht da oben, alles klar Meiner ist aber auf Abklingenzeit Wer pinkt da die ganze Zeit Pinkt gar keiner Man sieht aber nicht, was im Chat geschrieben wird Das finde ich ein bisschen schade Alle, violette Team-Anzeige Shit Also man sieht prinzipiell keine Gespräche Okay, alles klar Das ist aber nicht so schlimm Man kann hier oben dann nochmal verfolgen, was gekauft wurde Velkos dominiert auch gut Ist übrigens das erste Mal, dass ich Kader Support gespielt habe in dem Spiel Ähm Ja, da hat Blitzkrieg nämlich letztes, glaube ich, gekrappt Ne, Flo hat er gekrappt Okay, gut Hier lief's nochmal gut für uns aus Hier, wir werden jetzt am Anfang die Laning-Phase nicht ganz so hart dominieren Werden dafür dann aber auch im Late-Game Und mit dem Late-Game zurückkommen Das werdet ihr dann sehen Aber das möchte ja nicht zu viel verraten Uh, da wird vielleicht was gegangt Da kommt der Nächste dann Und geflasht Elise kommt Sehr gut Letter Gang vom Jax Hat aber nicht viel gebracht Momentan 400 vor Elise vermasselt da gerade Ihr Spinnen jetzt ein wenig Velkos Stufe 5 Ich guck mal, wie die anderen Level sind Ja, ausgeglichen noch Ich bin Level 3 Ich hänge ein bisschen nach Mit Blitzkrieg zusammen Timo hat bald Pilze Da wird er eklig So, ich trinke ihn beinahe mal ein bisschen was Wir machen mal alles Ich würde es mal so machen Dass ich mir angewöhne Oder versuche anzugewinnen Alle 10 Minuten Eine Farming Analyse zu machen Also bei 10, 20 und 30 Und immer so bei 15, 25 oder so Machen wir dann immer so eine Item-Analyse Da kann ich natürlich jetzt nicht persönlich sagen Ob ich das Genau so gemacht hätte Ich kenne ja nicht von jedem Champion Die Items So gut bin ich noch nicht Ich kann nur sagen Wie ich es gemacht hätte Und ihr könnt dann eventuell So in die Kommentare schreiben Ob das gut ist Oder ob das was der Gegner gut ist Und ich da scheiße erzählt hab Das könnt ihr machen wie ihr möchtet Oh, dann kommt es in paid Mit der Goldcard Wird aber aufgehalten von mir Das bleibt nicht dafür Da kommt der Jacksatz Gang Die Elise ist noch ein bisschen Ja, super Aber die Elise Die hatte ein kleines Problem Mit Ihrem Spinnennetz Mit Fehlschutz Ja, der typische Fehler Zwei Wurzeln Einen gepisch gepackt Warum auch immer Ich da jetzt noch Ein zweites Wurzeln Reingepackter Ah ne, das ist der Gegner Lol Achso Haben sie mich gecrappt Da haut er mich noch hoch Nee, haben nicht Da hat er mich nicht hochkauen Okay Oh, da bekommt sie Probleme Wo kommt Ulti Sinnlos gezündet Ah, nicht schlecht Wir liegen 1,6 km vorne Und das ist schon mal ganz gut Ein Quill haben wir mehr Sieben Minuten sind um Und bis jetzt war Back Moment Synthra war schon mal Back Hat sich ein Aggressiv-Item geholt Blitzcrank war schon mal Back Und hat sich das Wort Gut, er wollte von vornherein Auf das Wort Item Das Problem an der Sache ist Er bekommt absolut kein Geld Wir können uns das Geld anschauen Blitzcrank 2.100 Ja, bis jetzt geht's noch Okay, da möchte ich mir nichts sagen Ja, bis jetzt ist es noch Human Der Unterschied Aber es sind schon 100 Gold mehr Nicht durch mein Item habe Ich war auch schon mal Back Zwischendrin Wer war noch Back Jacks war schon mal Back Elise noch nicht Und ansonsten war es fast alle Back Außer Lucien, Elise Und Twisted Fate Und Twisted Fate Außer Lucien und Twisted Fate waren alle weg Lucy hat momentan Moment 1 Ne, warte mal Die hintere Zeit ist die endgültige oder Ich bin mir gar nicht so sicher, was die richtige ist Aber ich nehme mich da gerne die hintere Ja, genau Also Lucien hat 2.1 Er sollte jetzt langsam weggehen eigentlich Oh, da wurde gecrept Und stirbt Wäre er weggegangen Wäre das vielleicht nicht passiert Wusste ich in dem Moment gar nicht Dass er so viel Geld schon hat Na gut Und was kauft er sich Noch gar nichts Okay Was läuft da? Ist schon mindestens 3 Sekunden in der Base Hat noch nichts gekauft Na gut Ach stimmt Ach nee Moment Den Moment Da muss ich entschuldigen Und zwar hatte er in dem Moment Ein Disconnect gehabt Das ist der Grund warum er gerade in der Base Man sieht es vielleicht Er hat sich gerade ein bisschen vorbewegt Und dabei ist Er hatte Disconnect Und konnte sich das eigentlich nicht bewegen Ich bekomme da nochmal ganz easy Und er hat sich das große Schwert Und drei Dränke geleistet Da musste ich dann doch flash Weil er mich nochmal gecrept hat Timo hat alles so von vorne Bitterweil ist auch ein Kill des Gegners gefallen An müssen als ich Und er hat da wieder Das spinnet hätte easy sitzen können Und er stirbt jetzt sogar Bei ihrem eigenen Gang So was soll ich Das ist eigentlich nicht passiert Als Jungner Man kommt ja auch Um die einen zu helfen Und nicht um die Lane zu bieten Im Endeffekt Timo man sieht es oben Baut sich da eine übliche Pilzbarrikade auf Er kommt auch nachher nochmal eine lustige Stelle Da hat es kurz überlebt So ein Jungner hat kurz das Spiel verlassen Wird aber auch gleich zurückkommen Das wird nicht lange dauern Da hat es ein DC gehabt Genau denselben den der Genau Genau denselben den der MC Dragon gerade eben hatte Der hat es auch kurz rausgeholt Und da kommt er runter Gedodged Sehr gut Ich in dem Moment nicht da gewesen Komme aber Da ist Jax Kommt natürlich rum Der Flash war ein bisschen fail Aber Jax flasht auch noch Vier Leute Und da kommt der Velcro Kann aber nichts ausrichten Gegen vier Ist gut, dass man den Chat nicht sieht An der Stelle war es ein bisschen mies im Chat Da ist der MC Dragon ein bisschen abgegangen Äh Unberechtigterweise finde ich Aber Sowas kann passieren Wenn man mal im Rage ist Da kommt Elise wieder zurück Level 6 Ich muss jetzt langsam ein bisschen aufholen Wir haben Minute 11 Wir schauen uns mal den Farmen an Normalerweise Meine Mein Ziel Was ich versuche Jedes Spiel zu erreichen Ist 80 Farmen nach 10 Minuten jeweils Äh Da sind wir jetzt Also machen wir mal Machen wir 60 Draus Wir hatten 60 Wir hatten jetzt 60 70 Farmen Also Timo ist ziemlich gut dabei Im Gegner Team ist es wirklich gar keiner gut dabei Muss man sagen Da liegen alle weit unter dem Was man eigentlich hätte farmen müssen Vor allen Dingen Da nur vier Clips gefallen sind In 11 Minuten Das ist für Bronze schon ziemlich Äh Gut War ich echt gut erfreut über das Spiel Ähm Bei uns ist es eigentlich auch nur Timo Und ähm Der MC Dragon Die da gut abgehen Der Velcroz hat zwar 60 Fast Aber sind auch 12 Minuten rum Also Ein bisschen mehr Sollte schon drin sein Man sieht es auch Wir dominieren trotzdem noch Obwohl Die Gegner zwei Kills haben Das liegt ganz einfach auch daran Dass wir wesentlich mehr Farmen haben Timo hat Wo kommt fast doppelt über Farmen Ich habe versucht mich nochmals zu bekommen Wir kriegen ihn natürlich Und da Rämpelt Fängt dann weg Und da ist wieder Das Stun von Syndra Würde das ein bisschen früher Kommt Wurde es sogar wesentlich Mal von der Uli Durchsuchen können Was macht Was macht Was macht Dings da Auf der Mitte geht es noch gleich Aber oder Wir werden noch gleich Wie das damit Zwischen Ja oder doch Man sieht übrigens auch Den Blooper von uns stehen Da Wir waren doch so Gewinkt Siehst du Und da sind es mittlerweile 13 Minuten rum Langsam Sollte der erste Oh Krieg mal den Krieg mal den Krieg mal den Ah ne Langsam Sollte man Den ersten Dragon angehen Also ich würde zumindest Wenn ich Jungler wäre Würde ich jetzt Den ersten Dragon angehen Für Höhere Elos Wäre das wahrscheinlich Auch schon zu spät Da macht man den Drag meistens mit Minute 9 oder so Schon weg Ähm Bei mir ist es so Level 8 9 Wenn ich Junglen gehe Dann mache ich den Dragon meistens alleine Weil ich leider in Bronze selten Darauf hoffen kann Wenn ich Solo Queue Dass mir da einer hilft Botlane geht es hier bis ab Noch 2k Vorsprung Mittlerweile Sieht also ganz gut Für uns aus Timo hat jetzt die 100 Farmer erreicht Das ist gut Ich versuche mit der Ulti noch von Jax weg Zu kommen Bringt natürlich gar nichts Der Jax war auch gut Wie viele da am Ende Und da gewinnt Velkos Gerade so Zwischen Felsen Richtig gejumped Hätte ich jetzt den Velkos Schnappen können Und nicht den Ähm Lucien Aber muss er wissen Das war eine ziemlich dämliche Aktion von Velkos Die hat er nur Überlebt Weil Ich die Dings Noch vorgestellt hat Und da wird es Vielleicht ein bisschen Spät reagiert Und ist halt im Endeffekt So war noch gestorben Da bin ich geflasht Hab Lucy ein bisschen Speed gegeben Und da war mein Intuition Eigentlich den zu folgen Mit Lucy zusammen Aber Naja Hat er nicht ganz mitgedacht Da kann man nochmal rüber Ich wollte jetzt Genau hier war die Stelle Wo ich euch folgen wollte Und Ja Da kam Windraum Die Ecke Da war es dann auch vorbei War dann in dem Fall In dem Sinne Mein Fehler Und das war auch Eine richtig coole Aktion Da kommt es hier rein Wumm Wumm Und rekt dabei Und rekt dabei Fass es doch ab Sind wir eigentlich sehr sinnlos Gebastet oder Jump Dann sieht man hier langsam Aktion Drake steht immer noch Gewohnen wurde da eine Bush Jax macht Bluba Wie sieht es denn goldmäßig gerade aus Mal schauen wie es goldmäßig aussieht Am meisten hat bei uns der Timo und der Lucy So sollte es auch ungefähr sein Velcro hat es auch ganz gut Und ich habe 28 Wir hatten der Blitzkrieg Der Blitzkrieg hat jetzt nur noch 255 Da sind schon 250 Unterschiede Und das nach 15 Minuten Ähm Das ist auf jeden Fall einiges Was haben wir hier noch so Ähm Das Gegnerteam hat der beste 2 Äh 3 7 Das ist 1,5k weniger als wir haben 1,3k aber Wir haben eine ganze Ecke weniger Und dann wird es nur noch schlecht Annika Jax hat 4 Jax hat 4 Jax hat 4 2 Okay Aber es dort sind 8 oder weniger Und ansonsten Ist das ziemlich schlecht drauf Ja hier kommt jetzt der Krab von Blitzkrieg Total überbewertet Aber okay Wir haben es in dem Sinne Dann nicht mehr geschafft Leider Also ich habe es nicht mehr geschafft Duschen hat es dann noch geschafft Flash von ihm Und Da hat es Blitzkrieg Dann keine Chance mehr Nice gedocht Doch mal Und diese push Während das ist ein Mittel Auch nicht schlecht Und man guckt Mal gucken jetzt mal bitte Oben auf die Top Lane Sich die ganzen Pilze Da oben an Dann scrollen wir mal kurz hoch Was hier so ist Und dann seht ihr schon Also das ist echt heftig Da hat der Timo Sich ein Minenfeld 1945 gebaut Das ist richtig krass Außer hier geht er ist Ja weiter geht's Oh lecker Ich darf hier grad für Blaubeer Rockstar Da hat Blitzkrieg nicht überlebt Schau dass der Jackson noch nicht gestorben ist Das ist zwar Knappe Sache Moment noch mal umswitchen Schauen wir uns mal die Items an Timo Ja ganz normal Rabattons Fürst Ist jetzt meiner Meinung nach Möglich bei seiner Domination Ich wäre persönlich mit Timo auf Habe ich hier ne Übersicht auf irgendwelche auf die Dingsläge Kann ich nicht Kann nicht in den Shop reingehen Wie heißt es denn Ich hätte Timo mit dem AP und Attack Speed Sehr oft gespielt Das wird auch für Kale genommen Ich kam es jetzt aber gerade nicht drauf Wie es heißt Das ist das gelbe Gelbleuchtende Schwert Ist das Ich habe 60 AP und 50 Attack Speed 50% Wüsste ich nicht wie es heißt Ja velcos da aber lebt Ähm velcos Geht defensiv Obwohl er führt Auch eine Frage Muss man das machen Kann man das machen Wenn er es so möchte Okay Habe ich jetzt kein Problem damit Ich würde mit velcos in der Stelle Wahrscheinlich auch ein Super spielen Wenn ich zwei Kills schon hätte Sehr guter Deutsch Von der Elise Oder Elise Wie viele Wie andere sagen Keine Ahnung Ich weiß nur Ich spreche Elise Ich spreche Elise Irgendwie Deutsch aus Keine Ahnung warum